Achtung! WhatsApp wird abgehört! Das sagen ja auch die meisten Verschwörungstheoretiker von euch, denen man einfach nicht glauben kann. Aber meine Lieben, es ist tatsächlich der Fall, dass wenn man sogar über irgendwelche politischen Themen oder sonstiges sich unterhält und vielleicht das Ganze nicht den Richtlinien von WhatsApp entspricht, dann wird man einfach gesperrt. Und gerade eben habe ich mich mit meinem Kumpel unterhalten. Ich weiß nicht, was da passiert ist, weil wir haben ja nichts geplant, was verboten ist oder sonstiges, sondern wir haben uns über die Weltgeschichte unterhalten, was gerade in Europa oder überall auf der Welt abgeht. Und dann wurde er einfach so gesperrt. Ich blende euch gerne ein, jetzt gleich nach dem Video und meine Lieben. Ihr habt ab jetzt oder besser gesagt ab Montag auch einen Telegram-Support. Früher war ich nie auf Telegram irgendwie unterwegs, weil die meisten ja auch immer auf WhatsApp waren. Aber jetzt haben wir auch parallel ab Montag unseren WhatsApp-Support von unserem Online-Shop auch auf Telegram. Und das macht mich irgendwie besorgt. Wie kann es sein, dass wir uns ganz friedlich und ganz normal unterhalten und einfach viele Dinge belächeln, was gerade bei uns auf der Welt geschieht, dass man einfach so der Meinung ist, ja, die Person kann man einfach auf WhatsApp sperren. Habt ihr solche Erfahrungen schon mal gemacht? Das Ganze wird gerade auch aktuell geprüft. Ich habe auch meinen Kollegen gesagt, ich so, pass mal auf, was jetzt noch nachfolgen könnte. Es langt ja schon, dass man Finanzamtprüfungen hat, Finanzprüfungen. Dann hat man auch Prüfungen von der Rentenkasse. Dann sogar ein neues, irgendwie habe ich noch nie davon gehört, aber das werde ich euch im morgigen Video mal zeigen, wo ich auch eine Prüfung habe. Also Influencer, ihr solltet auch mal bitte aufpassen, weil ich gebe ja genauso bei der Steuererklärung und überall meine Einnahmen an. Aber es geht ja nicht nur dann um die Einnahme, wo es eine Prüfung gibt, sondern es gibt auch eine extra Kasse, wo sowas wie Influencer Gelder nochmal extra einzahlen müssen. Also seid mal gespannt auf das morgige Video, deswegen nicht vergessen zu abonnieren. Und wenn das Video mal gelöscht werden sollte, dann könntet ihr genauso auf YouTube das Ganze anschauen und sonst auf meinen weiteren Kanälen. Also ich finde es krass. Ich hoffe, das Video bleibt auch bestehen, weil ihr wisst ja selber, wir sind ja alles Künstler. Es ist ja alles Sarkasmus. Deswegen glaubt nur das, was ihr seht. Und genau so mache ich es auch. Wenn mir etwas geschieht oder wenn bei mir irgendwas passiert, erst dann glaube ich auch sowas, bevor ich irgendwie auf irgendwelche Influencer höre, die einfach nur ein Clickbait haben. Ihr wisst, was ich meine. In dem Sinne, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende, restliches Wochenende und man sieht sich. Bis demnächst. Euer Mitmann Live. Ciao. ationalや. Ehreач var. Anissa. Ja.